ja herzlich willkommen zu einer neuen folge snowwarner mit dem anna waterfrank und heute im koop modus mit dabei der bennie moin 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 ja ich sitze jetzt hier in dem lkw in dem fleetstar dem in der letzten folge da repariert haben und wir wollen heute versuchen hier die beiden aufgaben bei der farm zu machen einmal den versunkenen geländewagen zu retten und einmal hier den versunkenen sattelzug wird auf jeden fall schwierige aufgabe ist viel wasser und viel schlammgebiet ja wenn die dann gehen wir es mal an war fahren wir mal los bin ich mal gespannt was wollten wir eigentlich noch mal anmerken wegen wegen multiplayer irgendwas hatten wir heute morgen wir haben herausgefunden dass wenn ihr ein multiplayer spiel macht mit einem kumpel oder sowas und einer muss tanken muss er das fahrzeug verlassen sprich er muss in der werkstatt gehen ja derjenige der spiel gegründet hat das fahrzeug tanken kann genau genau ja weil weil ansonsten es ist immer so wenn man dann tankt dann ist man immer wieder auf dem gleichen standpunkt wie vorher wenn man mit dem tanken fertig ist genau wenn der host sich dann da reinsetzt dann bleibt das gespeichert ist wohl ich denke mal das wird vielleicht noch mal gepächt also ja mal das wird nicht so bleiben aber bisher ist es so wir haben jetzt übrigens hier auch kann ich euch mal kurz zeigen ich bleibe mal kurz stehen wenn ich fahre hier dürfte ja kein problem sein so ich bleibe mal kurz hier stehen so wenn ihr jetzt hier auf m geht nee quatsch es kipp drücken und dann gruppe verwalten müsst ihr auch hier den haken setzen anderen spielern erlauben ein truck abzuschleppen ansonsten könnte euch gegenseitig nicht wirklich helfen aber die differenzialsperre ach so die sei hat genau dies nur im logang genauso war das willst du versuchen den kleinen oder soll ich versuchen den kleinen rauszuholen naja ich kann ja mal vorfahren und du kannst ja genau so ziehe ich dich dann wieder raus genau ja ich denke mal den großen den versuche ich dann den sattelzug und du versuchst jetzt mal den kleinen ich mache dir ein bisschen lichtern da hier ist schon schlamm hier ist schon schlamm und den müssen wir glaube ich bloß hier in den in das gelbe in den gelben bereich reinziehen hier ist quasi das aufgarten gebiet ist noch frachtverwaltung was gibt es denn hier ach verbrauchsgüter okay aber ich glaube das ist das ziel hier hier müssen wir es reinziehen glaube ich so warte mal wo war jetzt hier die straße und stück weiter oder oder war das hier links rein noch ein weiter hinter den häusern genau hinter den häusern ja hier ist jetzt natürlich viel schlamm ich mache schon mal allrad an allrad habe ich an könnten jetzt auch not die differenzialsperre anmachen so als wir hier rein lass ich dich mal gleich vorbei da musst du halt mal gucken wie wir das machen wollen wir das von der seite hier ausprobieren oder wollen wir anders daran fahren ja das ist das ist ein chevrolet ich denke mal dass auch so ein scouter sowas sowas ja im pick-up ne wir sollten mal schauen weil hier geht es jetzt auf jeden fall tief rein wir könnten von hier aus probieren ja musst du mal schauen ob du da ein weg findest weil hier wird es gleich tief glaube ich ob hier wird es gleich tief ich weiß nicht ob das der beste weg ist jetzt sagst du schon ein ja mach am besten im logang logang und dann differenzial ja doch das sieht gut aus sieht gut aus aber pass auf hier wird es gleich tiefer mal ein bisschen weiter links am besten genau da ist glaube ich besser ja oder und den da jetzt rausziehen das wird ja lustig die winde da muss ich glaube ich dichter dran sein oder du kannst jetzt einfach mit der winde rausziehen wir so weit und binden genau genau gesagt ich kann ich ja wenn du versteckst komme ich dann ansonsten kann ich kann schon mal versuchen ein bisschen ranzukommen jetzt sehe ich mich selber nach vorne ja ja warte ich komme ich komme ich komme dann ziehe ich dich und du siehst den gefährlicher wasserstand jetzt hänge ich hier natürlich fest na richtig clever richtig clever von mir jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus ja richtig gut ich hätte zwar nicht machen sollen ich trottel ich habe nur einen haken ich ziehe nur raus ja ich komme leider nicht mehr vorwärts habe ich hinter mir noch irgendwo eine winde wo ich was dran machen kann du kannst dich auch bei mir hinten haben ja ja aber ich finde ich mit der winde vor was soja aber war du bist ja schon bei mir jetzt warte mal warte mal guck mal gerade habe ich irgendwo punkt habe wo ich mich dran machen könnte weiß ja nicht ob vorziehen jetzt so gut ist weil nicht dass ich ja warte 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 mal warte mal bei dir kann ich mich doch jetzt kann ich mich ranhängen warte und jetzt die winde ziehen ja genau so war jetzt sehe ich dich aber in den dreck aber ich komme mir gar nicht mehr raus also das auto ist auf jeden fall das falsche auto hier für genau fahren jetzt weiter die winde lösen ist ich löse ich habe es gelöst aber ich mache wieder dings an oder dann steckt finden wenn er geht doch es kommt noch oder ich glaube ein bisschen doch 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 jetzt 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 ich weiß nicht versucht dann links die abzuhauen alter schwede ja das ist hier nämlich so eine tiefe stelle ja da ist ein scouter echt besser soll ich noch mal winde ran machen jetzt jetzt kommt er jetzt kommt da ich war links der gleich weg oder soll ich den durch den mitziehen weil ich bin ja jetzt jetzt bin ich auch fest und durch solch finde ihr könnt würde machen dann macht du erst mal an dem oder solch an ihm war da probier mal oder aber ich kann bei ihnen nichts dran machen hast du ihn warte 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 und ich kann aber bei ihm nichts soll ich mach bei dir dann ziehe ich uns raus warte warte dann setze ich die winde noch mal um du sagst bescheid wenn ich gas geben sollen könnte könnte aber wieso komme ich jetzt nicht vorwärts das ist denn jetzt ach ne wo samt da ach ja vor mir warte 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 dann mal kurz zurück da war ein baumstamm so jetzt jetzt alter hatte gar keine power hier denn hier los weil du mich auch noch ziehst deswegen aber der lkw ist echt nicht so doll ne der hat keine kraft ne der hat echt keine kraft ne ja also dein auto ist ja super dein auto ist richtig ich dachte wir brauchen den großen hier großen brauchen wir gar nicht aber wenn du willst ist ja unglaublich ja dann kannst du den jetzt ich mach mal kurz die missionen hier weg als irgendwie auch schon wieder also der der fliezt da ist ja echt müll muss ich mal sagen also für sowas ist ja im offroad in ende ist ja quatsch ne denn der nämlich jetzt den Chevrolet den du jetzt hast den nehme ich dann wenn du jetzt gerade rausgeholt hast ich glaube den musste ich glaube den musst du nur hier hindringen ich glaube schon ne warte mal ich guck grad mal bei mission warte mission versunken der sattelzug wo waren die missionen jetzt ich hab die doch hier versunken der geländewagen genau bringen ihn zu fahren ja hast du doch gemacht kannst du den da jetzt abgeben vielleicht muss die winde ist los normalerweise kannst du den da jetzt so abgeben oder bringe den versunkenen truck zu fahren der steht doch mittendrin da weil ich mach mal die andere mission weg warte mal mach mal hier die andere mission weg ich habe ich jetzt hier gefolgt was die hier nehmen ja die mache ich mal weg verfolgung stoppen und jetzt hier versunken der geländewagen irgendwie kann man die mission gar nicht machen ne aber wenn ich das jetzt mal mach koppel koppel dem ab ach warte mal fracht verwaltung aber den muss man doch hier abgeben oder wenn ich jetzt hier auf der karte guckt bei der mission zur farm bringe den versunkenen achten muss bestimmt erst mal reparieren warte mal diese wirklich dafür benötigst du einen wirklich starken mode ich glaube den müssen wir jetzt wirklich bis zur werkstatt ziehen und den reparieren glaube ich das kann sein das kann sein dass wir den bis zur werkstatt ziehen müssen und dass wir den jetzt erst mal reparieren müssen weil der weil der abgebepunkt ist genau hier er ist genau da da ist auch kein anderer abgabepunkt oder ich ziehe ihn auch mal ein bisschen komme ich ziehen auch mal ein bisschen kann schon mal ein bisschen meine arbeit machen also da ist kommen da ist ein kran punkt aber ist auch nix wenn ich jetzt in den einsteigen ich kann mich in den einsteigen geht nicht weil ich manchmal hier ich mache mal links ran war da ich kann doch jetzt ja ich ziehe ihn einfach ich schaffe ihn mal einmal zur werkstatt wir gucken man sie mal einmal zur werkstatt müssen mal testen also auf der straße geht es aber im schlamm kann es vergessen also deswegen ich bin ja mit dem wo wir den tankauflieger holen wollten bin ich auch mit dem gefahren weiß noch da bin ich auch stecken geblieben ja jetzt kommt wasser ja ja jetzt hinter uns ein bisschen bewachen jetzt geht es ins wasser ich hoffe ich bin nicht zu schnell da geht alles ich muss wirklich aufpassen hier noch bei der raus zu mir ich habe da noch mal bis raus gesucht ziehen jetzt einfach mal an die werkstatt mal sehen ob das geht war da jetzt einfach das war knapp ja man darf nicht zu schnell fahren dann ziehe ich ihn jetzt in das werkstattgebäude rein weil mike hat auch gesagt irgendwie dass man den ins werkstattgebäude entziehen muss ich ziehe ihn einfach rein oh gott oh gott oh gott oh gott er nähert sich schon wieder weil es mal ganz langsam er gibt sich zur werkstatt kann ich jetzt machen ich koppel mal die winde ab er ist jetzt komplett drin ne ja und jetzt machen wir jetzt gibt sich zur werkstatt ja bei mir ist ja auch nicht doch er ist drin ne das ist ja der alte ck das ist ja der dem wir schon das ist ja der dem wir schon ja das ist ja komisch wieso geht das nicht es könnte auch daran liegen dass du die farm noch nicht gemacht hast die hauptaufgabe die meinst du die werkzeuglieferung meinst du damit hat es ist das könnte vielleicht daran liegen meinst du weil weil die mission noch weiß ist oder so ne kann das sein ja das könnte sein aber dass die dass die erst gelb sein muss ne ja dann macht der machen wir das fix nochmal kommen machen wir die hauptaufgabe ist warte werkzeuglieferung können wir machen da muss ich irgendwie so ein schiebeplan auf leger holen dann mache ich dir einfach mal da mache ich die mag oder willst du die machen ich kann haben es egal ich komme erst mal raus und das mache ich das mache ich jetzt mit dem genau weil ich ja zwei dinge habe was muss ich da machen ich habe zu den anhängern hingehen auch dass er hier hinten ok ok ja ja auch einmal bloß hinterhängt ja und dann beide formen in diesem lade bereich sagen wir mal ok das kann natürlich sein so ankoppeln anhänger steht so weit weg ja das läuft immer noch zu weit weg haben müssen glaube ich direkt gerade drauf stehen aber da ja ich muss noch mal kurz drehen halten bade jetzt jetzt muss aber klappen glaube ich das kann natürlich sein ja dass das damit zusammenhängt das ist denn weil die missionen noch weißes weißt du weil die weil die noch nicht gelb ist deswegen hat das deswegen hat vielleicht auch mein scout auftrag nicht funktioniert oben auf dem berg weißt du weil die mission nämlich weiß war das kann sein ja weil weil die noch ich habe die zwar freigeschaltet aber ich kann die erst zu einem späteren zeitpunkt machen weißt du und ich komme dann mit dem chevy hinterher ja ganz genau macht das mal wir haben jetzt auch frühen morgen ist geil aus jetzt schöne morgen grauen hier das sieht richtig gut aus genau dann kommst du mit dem chevy hinterher und der entsteht da pass auf und dann steht da nee aber die wir müssen den glaube ich wirklich da abgeben das geht gar nicht anders aber das ist ja nur noch nicht woanders was man nee nee deswegen deswegen immer mal rad an der stock und stein ja ja der ist wirklich am besten nur zur frachtlieferung hier na so jetzt für schlamm und so ist der lkw hier der fleet star der ist dafür nicht so gut ja da mit anderen reifen anderes getriebene aber ich will mal richtigen ich will meinen richtigen offroad truck haben richtig geilen offroad truck mit dem man auch mal so durch schlamm fahren kann weißt du da würde sich dann satte maschine am besten ja er hat auch nicht so viel power hier finde ich weil sobald ich da bei dir die winde dran hatte war direkt vorbei ne durch manchmal hier logan rein aber selbst damit das kannst vergessen gerade wenn du was siehst ist der logan das kannst vergessen so jetzt jetzt gebe ich das ja guck mal ob jetzt hier sich gleich irgendwas verändert oh ja ja da ist da ich sehe was hier ist hier ist eine zeitaufgabe jetzt dazu gekommen na der ich glaube ja ne wettkampf so jetzt guck mal auf die mission ob jetzt die mission ne ist immer noch nicht gelb ne essenslieferung steht jetzt hier oder müssen wir den da rein bringen kann sein aber hier sind nur zwei punkte immer der geländewagen steht immer noch da der punkt als wenn wir die noch gar nicht abgeholt hätten ich verstehe das nicht so ein bisschen boogie ne oder ja wo müssen wir den denn hinbringen verstehe das nicht hier steht auch nichts anderes bringen den versunkenen truck zu fahren aber dann müssen wir doch müssen wir den nicht erst mal reparieren sonst 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 guck mal ob hier ein anderes gebäude vielleicht dafür für noch ein anderes gebäude ich gucke auch noch mal ob hier vielleicht ist irgendwo vielleicht ist hier irgendwo noch ein anderes gebäude wo man das hinbringen soll aber ich sehe ja nichts da die mission ist ein bisschen komisch leute ich würde sagen wir probieren hier noch ein bisschen aus und melden uns dann zurück sobald wir hier die lösung gefunden haben bis dann bis gleich so ja wir suchen jetzt noch mal das upgrade weil wir brauchen wahrscheinlich weil ein offroad truck gefordert ist um die missionen abzuschließen man muss weil da steht nämlich in rot immer mit drin was man für die mission brauchen da habe habt ihr vorhin ein paar mal gesehen man braucht einen offroad truck so wie da wir das geld derzeit nicht haben für einen offroad truck versuchen wir jetzt ein upgrade zu finden um einen von den vorhandenen trucks zu einem offroad truck zu machen und wenn die fährt er zu dem ersten upgrade und hat auch schon sich ein zweites ausgeguckt und ich versuche jetzt noch ein anderes upgrade zu finden aber normalerweise müsste ich erst den wachtturm dafür nehmen berlin ja glaube ich ne dann muss ich jetzt erst mal hier raus so dann fahre ich hier raus und versucht dann auf diese straße da zu kommen an den gebirge und dann gucke ich einfach mal und das abgibt wird sonst nicht angezeigt oder ist bei mir wird das abgibt nicht angezeigt wird die das abgibt angezeigt auf der karte wo ich jetzt bin warte warte ja da soll ein upgrade sein das wird dir nicht angezeigt aber ich ja schon habe da muss ich das selber einsammeln ja dann dann sammelt du mal das upgrade ja wo ist denn hier noch eins ach doch dass das oben links hast du das schon bei dir eingesammelt ja dann versuch mal das zu kriegen das wurde eine wachtturm da ist aber aber das weil du das schon hast okay verstehe ich nicht ja gut nicht dass nur der host die abgibt einsammeln kann oder wird jetzt mal gucken wo wir jetzt hier sind ich muss jetzt hier rechts rumfahren ja dann muss ich das nachher noch mal holen siehst du denn dann sammelt man das quasi übergreifend von den speicherständen ja ich denke mal die abgibt sind dann halt nur für den host wenn ich jetzt finde ich ja ohne das ist für mich ja genau okay aber ich habe doch letztens auf deiner karte auch die abgibt sein gesammelt na ja so hier ist die momente das muss ich mal gucken jetzt ist das hier was ist das denn hier neue missionen verschollener öltank ja die könnten wir jetzt annehmen aber ich würde sie noch nicht verfolgen aber die jetzt verfolgt schöne öltank warte mal das war doch der öltank da unten in dem sumpf oder nicht brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht machen ach das ist wieder so eine aufgabe ja und dafür brauchen wir offroad schwach siehst du sonst können wir die gar nicht hier steht zwar jetzt verfolgung starten aber es geht ja nicht muss man die mission vielleicht da aktivieren wo man sie bekommen hat kann das sein dass man die da aktivieren muss aber ich glaube wirklich dass das mit mit diesen und mit der roten schrift zu tun hat so ich weiß hier mal weiter wir könnte ich jetzt noch mal voll tanken dann fahre ich jetzt erst mal weiter den berg genau da muss ich weiter aber da mal hoch einen kleinen tipp hätte ich noch wenn du die f-taste drückt kann zu sofort die winde setzen sofort gewinne setzen was meinst du die winde nämlich woran zu ziehen okay okay einmal die f-taste drücken ja dann habe ich automatisch okay 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 dann sammle ich jetzt erst mal den wachtturm noch ein den hier oben dafür muss ich aber hinten rum fahren oder hier komme ich ja nicht durch muss ich wieder hier hinten und hier unten irgendwo ist auch noch mal ein upgrade genau hier ist hier ist jetzt die brücke mission und der brücke und hier kann ich hochfahren genau hier ist die mission mit der brücke mission entdeckt wo wurde aktiviert jetzt erstmal zurück jetzt muss ich hier den berg hoch in den wachtturm einzusammeln schon wieder lichter wird schon wieder dunkel ich war jetzt hier hoch meine kamera noch mal ein bisschen besser positionieren ist wieder steinschlag also clever gelöst dann kannst du die scout mission gar nicht mit dem dlc auto machen das daher hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet ich habe ich habe ich habe den wachtturm gleich dann hole ich das dass das das allradgetriebe und dann probieren wir das noch mal in der werkstatt ob das dann als offroad track gekennzeichnet ist oh gott motorschaden jetzt los so wachtturm habe ich so dann müsste das jetzt anzeigen kurz handbremse an so okay zeigt er hier alles möglich an und hier unten ist jetzt das hier ist king of the hill da ist ein upgrade das hole ich jetzt beim wasser genau das hole ich jetzt schon das hast du mir ja heute genau genau da fahre ich jetzt wieder hin da wird heute mal ein bisschen längere folge und ich würde sagen wenn ich das upgrade habe da machen wir erst mal schluss bei der folge und wenn das dann wirklich das richtige upgrade ist was ich auch brauche das wackelt jetzt echt gut hier ja so als nach links und dann da runter so als müssen wir hier in fahrt rein dann hoffe ich mal das jetzt die absaufe aber zur not sind da auch noch bäume in der nähe ja und du bist jetzt oben bei dem ein upgrade ich fahr gerade hoch im berg so als muss ich hier einmal rechts abbiegen glaube 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 ich glaube hier ist gut aber hier ist schon mehr so viel wasser bleibt mal hier außen dran so nicht über das wasser nicht über das wasser und gerade noch mal kurz genau müssen rechte seite vom fluss bleiben aber hier wird knapp dann bleiben wir lieber drinnen aber hier ist ein baum so und jetzt müssen wir hier am wasserrand lang fahren nein jetzt sind wir gleich beim upgrade gucken was das denn ist ich glaube das war das offroad gut schön vorsichtig hier schön vorsichtig hier wo ist nicht ins wasser fallen hier da ist das upgrade und was ist es kraftstoff effizienz snow runner was ist das denn das ist aber nicht das richtige ne ne was ist das denn snow runner verstehe ich hä was denn für ein upgrade das habe ich äh federungs set ist hier hinten bei mir federung ja warte mal dann hole ich mal das hier vorne noch dann porte ich mir erstmal kurz zurück ah das ist ja schade war dann doch nicht das richtige upgrade ne ich lass mal kurz bergen was war das denn snow runner snow runner das war federung ne federung war es nicht doch hier getriebe war das dieses getriebe wurde auf kosten der gangzahl höchstgeschwindigkeit und kraftstatistität für den einsatz in unwegsamen gelände optimiert verfügt über drei lastgänge das könnte ich hier für meinen einsetzen und das andere was wir jetzt hier suchen das war hier sind die motoren noch drinnen war denn das hier das ist hier bei dem gar nicht ne jetzt haben wir ein snow runner getriebe ja das könnte ich jetzt einsetzen ja stimmt damit bin ich ja noch besser unterwegs aber brauche ich jetzt glaube ich erstmal nicht und mit der federung die ich habe legst du das auto höher ah ok ich kann es ja mal machen komm ich bin jetzt eh grad in der werkstatt so snow runner ok äh ich wollte euch das bus nochmal kurz zeigen ich stelle wir fahren nochmal kurz das andere upgrade schnell holen ach du bist auch hier ach jetzt habe ich keinen schaden gekriegt weil ich meinen motor gestartet habe ja warte ich hole das andere mal also sieht das dann aus mit der neuen federung warte okay ah ja ich sehe es ja geil ja dann müssen wir gucken wo noch andere upgrade sind ich sammle mal das hier vorne jetzt ein ja so jetzt hier muss ich nach links glaube ich ne also hier geradeaus und dann links ne geradeaus ist und dann die plätze links genau jetzt habe ich hier auch drei lastgänge jetzt sehe ich es gerade ja das ist ja geil das ist ja geil ja das ist natürlich noch geiler dann ja dann sammle ich das upgrade auch nochmal hin aber ich glaube das war nicht das offload bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher ich auch nicht mehr ja und so müssen wir die anderen wachtürme erstmal freischalten ja hier sehe ich das upgrade ach gott was ist denn hier die brücke hier ich bin hochdrammer beim ersten versuch habe ich es nicht geschafft ja eieieie so was haben wir jetzt hier was ist das federung set ach das ist das ja mit dem erhöhten federung set das was du jetzt gerade schon drin hast ne mhm das zweifache ich hatte zwei federung set mal zwei ja gut dann würde ich sagen an der stelle machen wir erstmal nen break und dann müssen wir erstmal gucken ob wir noch irgendwo upgrades finden ich denke mal ich werde mich jetzt mit benny mal aufteilen dass wir jetzt hier die wachtürme einnehmen die letzten die hier noch fehlen benny willst du sonst links den wachtturm nehmen also in der stadt weil ich glaube ich glaube da ist dann auch noch was und dann fahr ich hier nach oben fahr ich nach oben machen verschollene öl tanke ja und dann probieren wir erstmal ein bisschen rum bis wir das offroad dann gefunden haben können wir euch da auch noch mal sagen wo das offroad ist und dann probieren wir die abschläge also die versunkenen fahrzeuge dann noch mal als darf vielen dank fürs einschalten danke noch mal benny ja ich danke euch auch und viel spaß noch bis zur nächsten folge tschüss so ja wir sind jetzt hier in dem gelben kreis ich bin noch mal zurückgefahren man muss die mission jeweils immer erst mal einmal hier aktivieren ansonsten kann man die mission nicht machen so mission wurde aktiviert wo verfolgen starten ja gut können wir jetzt eigentlich machen verfolgen ist gestartet ich war wieder zurück und jetzt sehen wir das ziel da auch hätte ich mal hier den holzzaun noch kaputt ja ok und deswegen hat meine scout der mission nämlich auch nicht funktioniert weil ich die mission nicht aktiv hatte na also ihr müsst oh gott jetzt bin ich wieder gegen den baumstamm gefahren ihr müsst die mission wirklich immer aktiv haben deswegen bringt wahrscheinlich auch nicht jetzt alle mission da immer anzunehmen weil man muss immer wieder zu den punkten dann zurückfahren so jetzt nehmen wir das hier noch mal an so schieben wir den da noch mal rein ich hoffe ich kenne jetzt einfach er sieht es noch nicht motor wird gestartet aber ich muss einmal mit ihm da noch mal reinfahren jetzt habe ich nämlich die mission oben auch weise bringen den versunkenen truck zu fahren jetzt fahr ich dann noch mal rein und dann funktioniert das bestimmt auch und genauso müssen wir das denn jetzt mit dem schlamm machen mission abgeschlossen nice 1100 geil gut dann sind wir in der nächsten mission beim sattelzug dann bedanke ich mir erst mal fürs einschalten danke nochmal benni dass du das rausgefunden hast ja wir dachten jetzt wirklich das ist irgendwie im back oder sowas wir waren da wirklich ein bisschen skeptisch ist aber kein back also alles gut und dann wünsche ich euch auch viel spaß beim selber probieren bis dann tschüss dann